Wenn die Dämmerung auf die Alpen niedersinkt, helmen die Schutzgebete der Sennen durch die Täler. Jesus Christ. Es geht weit, wenn es der Nahwind ist. Aber es muss einfach ein Sechkommen sein. Das muss man raussuchen. Man kann nicht einfach von außen im Norden rufen. Geht es Gott von Blitzschlag und Haku. Aber wenn du weiter weg bist, dann kommst du so in den Wellen. Wie nach dem Wind. Das ist noch schöner zu hören. Asfalte Gott und der heilige Sand Jakob. Jeden Tag, bei jedem Wetter. Ganz nach dem Motto, alles, was gesungen wird, zählt doppelt. Alp Segen, unser Schweizer Dokumentarfilm der Woche. Am Donnerstag, 5 nach 8, auf S1. Willkommen zu Hause. ROLL Am Donnerstag, 5 nach 8, auf S-shoign, H France 5 nach 8, auf S-shoign, Hacia 2 nach 9, auf S-��, verd. Am Deniktur, 5 nach 9, auf ner. Wisla, mein Vermögen. Nein, das ist uns vermutlich uma Vergnügen.